jetzt komm hier nein 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 auch nö nicht so einer bitte nicht moin leute willkommen zurück wir sind bei einer runde minecraft skywars und dieses mal auf einer 12x3er map wenn es mich nicht ganz täuscht aber eigentlich müsste es 12x3er gewesen sein was ein hacker ein hacker also auch wenn der mein team ist aber sowas ist doch einfach nur das wird wieder spaßig irgendwie dieser spielmodus ich habe es entweder nur mit hackern zu tun mit leuten die liefen oder die das team zu holen das kann mir doch keiner erzählen dass das normal war dass er eine kiste so schnell abbauen konnte wie war das report kauker wie schimpft er sich wie schimpft er sich wie schimpft er sich kauker 007 bist du sicher dass kauker wegen hacking reporten willst missbrauch wird bestraft bestätige bitte das machen wir doch mal leicht confirm so vielen dank ja gar kein problem immer wieder gerne welche leute kann ich mich überhaupt nicht ab sehe ich das allerletzte ja auch wenn der jetzt in meinem team ist und wir dadurch einen vorteil haben aber das will ich ja gar nicht ich will nicht gewinnen weil wir irgendeinen unfairen vorteil haben sondern ich will gewinnen weil wir es als team vernünftig hingekriegt haben aber anscheinend haben nicht alle diese einstellung viele steht halt nur als gewinn im vordergrund woher ich auch immer die jetzt habe fragt mich nicht stein ach shit ich brauche dafür ja bruchstein ja gut dann reihen wir die alle auf und zerstören wir wieder nach und nach das kann weg gerade gucken da kommt keiner da und da kommt auch keiner mein team hat noch zwei andere mitspieler das heißt wir sind eigentlich vollzählig 1 2 3 4 5 6 perfekt zwei muss ich noch machen dann sollte ich einen ofen machen können ne kann ich nicht weder habe ich verzählt und ein team kamerad hat noch einen blog mit aufgenommen so perfekt dann machen wir das und das und warten mal bis es fertig ist was machst du da ach so du hast einen weg hoch ok ich nehme jetzt auch mal vorsichtshalber die sachen mit nicht dass da uns noch einer was wegnimmt fände ich jetzt nicht so lustig wird fertig ich kann mal gerade noch mal ein paar stöcke fertig machen so so auch wenn wahrscheinlich schon unten alles weg ist an diamanten so aber wir können ja zumindest noch mal gucken ist wirklich alles weg so geht hier auch irgendwo weiter super oh man warum muss ich immer diese leute haben mein team also ich habe jetzt für diese aufnahme ist das jetzt der fünfte versuch glaube ich und bisher immer nur mill passiert es ist immer nur mill passiert entweder du hast so welche leute in dein team oder sonst irgendeinen mist das ist echt nicht wahr ich habe mit diesem spiel muss einfach kein glück ok da ist einer den werden wir nicht kriegen den werden wir definitiv nicht kriegen ne no way da war einfach keine chance wir hatten ja keine fünftige ausrüstung boah was eine runde ja da die jetzt so fail mäßig war würde ich sagen kommt auf jeden fall noch eine zweite hinterher und hoffentlich dann ohne hacker oder ohne leute die das team trollen wollen weil das super nervig ist wenn du einfach nur in ruhe eine runde zocken willst mein Gott schon ein bisschen brainer auf kam gut also wir sehen uns gleich bei der zweiten runde wieder bis denn moin leute so willkommen zurück zur zweiten runde ähm wir haben die map mal wieder gewechselt seh mal liegt das an mir ähm soccer hd super sache bist der hammer auch report soccer hd ich weiß gar nicht warum sich die ganzen hacker mal auf diesen modus stürzen report confirm der hammer der hammer das wird einfach nur eine hacking folge wisst ihr was die scheiße schmeiße ich komplett raus auch wenn wir dann dadurch gar keine chance mehr haben der diamant natürlich auch aber so einen müll habe ich keinen bock oder ist das eine klasse oder ist das eine klasse ich glaube ne das wäre die mega unfaire klasse so jetzt haben wir hier unsere brauchen wir gerade noch nicht mein Junge geh mir weg mit deinem scheiß was wegen so einem müll will ich doch nicht gewinnen so ich muss eigentlich mal nachgucken aber das kann doch keine klasse sein ich muss gerade nur ein bisschen verwundern weil es jetzt wieder einer ist der das so macht und das zweimal hintereinander das ist so das dass ich mir kaum vorstellen kann dass wir die hacker sind oh crap oh crap Ne, 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 ne. Nein, nein. Ja gut, aber dann kann ich zumindest jetzt in die dritte Runde gehen und mal nachgucken, ob das wirklich ein Hack ist oder ob das eine Klasse ist. Dann sehen wir uns eigentlich in der dritten Runde wieder. Bis denn. So, wir kommen zurück zur mittlerweile dritten Runde. Und ich habe mich mal schlau gemacht, beziehungsweise ich habe die ganze Klasse mal durchgeschaut. Ich habe keine gefunden, die so schnell Diamanten abbauen kann. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das Hacker wirklich waren. Aber darum wird sich sicherlich das Gommeteam dann kümmern, dass diese Leute dann nicht mehr mitspielen. Ich bräuchte noch ein Eisen. Kriegen wir es hin? Das sollten wir doch relativ schnell hinbekommen. So, und hier noch die Kohle. Perfekt, dann gehen wir hier wieder hin, klatschen das Eis schnell in den Ofen. In der Zwischenzeit machen wir uns gerade noch ein paar Sticks. Ich hoffe mal, dass die Runde jetzt ganz gut ausfällt. Und jetzt nicht komplett die Blamage wird. Aber da kommen auch schon irgendwo welche. Wo ist denn das ganze Dia-Zeug? Da. Ups. So. Äh, könntest du da eventuell mal weggehen, bitte? Geh mal bitte. Oh, da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand. Komm mal ab hier. Mit uns legt sich ja keiner an. Mein Kill? Mein Kill. Ach, wieso? Das war doch ein ganz... Versuchen kann man es ja mal, ne? Ob das dann immer was wird, ist was anderes. Eigentlich schade, dass er runtergeflogen ist. Ich hätte gerne seine Sachen gehabt. Ah, warte, ich komme mit. Aber ich baue mich hier jetzt so hoch. Ich weiß gerade nicht, wie mein Teameglied heißt. Aber er ist das auf jeden Fall. Da muss ich ihn mal so ein bisschen im Auge behalten. Ich bin hinter dir. Oh, hier ist ein Flaschen drin. Das tauschen wir mal ganz kurz aus. Dann gebe ich ihn mir erst mal gerade. So. Und dann kann ich da auch schnell mal... Hallo, ich habe doch ein Level. Ne, habe ich nicht. Wieso habe ich kein Level bekommen? Wie doof ist das denn? Da hinten geht es weiter. Wir gucken einfach mal, was er hier macht. Und folgen unseren Teameglied. Da hinten, hier. Komm, hier. Hier, hier. Wo rennst du hin? Nein, da ist ja auch keiner. Wie ist der? Aber jetzt noch ein bisschen TNT. Es sind ja nur noch drei. Das heißt, der da vorne ist einer von denen. Ein bisschen weg da. Ich gehe jetzt einfach auf ihn drauf. So. Jetzt komm her. Nein, 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 nein. Och, nö. Nicht so einer. Bitte nicht. Darauf habe ich gerade nur richtig Lust. Nach dem ganzen Neuten noch die erst Cheaten und sowas baut sich da jetzt noch einer hoch. Hier haben wir jetzt aber auch nichts, was dagegen hilft. Schaden. Vielleicht in der Kiste. Äh, nee. Wie hoch hat er sich denn jetzt schon gebaut? Ach, nur ein bisschen. Nur abisschen. So, ich nehme mal das ganze Diamantenzeug hier mit. Und was können wir uns machen? Wir können uns nichts machen. Dann sehen wir jetzt zu, dass wir da mit hochgehen. Boah, jetzt werden wir fast runtergeknallt. Uh, dauert jetzt ein bisschen, bis wir da hochkommen. In der Zwischenzeit trinke ich gerade mal was. Und ich hoffe, dass der Regen nicht zu laut ist. Denn es regnet immer noch bei mir wie aus Eimern. So, ein bisschen Energy getrunken. Damit man auch schön fit bleibt. Und dass hier gut durchstehen kann. Ja, ist jetzt nicht gerade das schnellste Tempo. Was soll das? Was soll was? Oder ist er mein Teammitglied und schreibt gerade dem anderen? Ich weiß es gerade nicht. So, ein bisschen kümmern wir mal gerade. Ich hoffe, er ist jetzt nicht hier drüber. Nee, ist er nicht. Dann ist ja alles in Ordnung. Selbst wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich jetzt halt. Aber das ist die Runde. Ist das mein Teammitglied? Anscheinend. Nicht. Der baut sich doch da hinten dann wieder hoch. Also, so ein schlechter Spieler. Ich meine, hier geht es einfach darum, gegenseitig sich K.O. zu kloppen. Und wenn, äh... Alter, du gehst mir mega auf den Sack gerade. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal ohne Mist. So ein schlechter Spieler. Das ist auch keine Taktik. Das ist einfach nur erbärmlich, ist das. Aber jetzt hat er zumindest kein Wasser mehr. Jetzt kann er sich zumindest nicht mehr runterschmeißen. Achtung. Ja. Nice. Tollpatsch. War zumindest den Erfolg, haben wir noch gekriegt. Boah, bitte. Jetzt mach ihn fertig. Haben wir gewonnen? Nein, haben wir nicht. Der rennt noch weiter. Boah, was ein Armleuchter. Was ein schlechter Spieler. Jetzt nicht, weil ich ein schlechter Verlierer bin oder sowas. Dass ich tot bin, ist mir völlig Jacke. Aber dieses die ganze Zeit hochbauen, ist sowas von schlecht. Ja. Nice gemacht. Richtig gute Runde von ihm gespielt. Also von meinem Teammitglied. Darf ich jetzt auch eigentlich wieder schreiben? At all. GG. Scheint nicht wirklich anzukommen. Aber hat er das jetzt gelesen? Ich hab keine Ahnung. So. Aber ich würde sagen, das war es jetzt. Nach zwei Hackerrunden. Und einer mit so einem super Genie, das sich die ganze Zeit hochbaut. Lang genug ging es heute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns gerne in die Tage wieder, wenn ihr Bock habt. Bis denn. Haut rein. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. Ciao.